Hallo Fußballfrauen und willkommen zu einem neuen Video und heute geht es endlich los mit PES 2019, mit der Meisterliga, mit dem FC Schalke 04, also sozusagen den Karrieremodus von FIFA spielen wir hier nun bei PES in der Meisterliga und natürlich mit dem FC Schalke 04. Wie angekündigt werden wir heute also mit Schalke in die Meisterliga gehen, es ist ja ein bisschen blöd bei PES, dass sie eben nicht viele Lizenzen haben, aber man kann wirklich alles was man will gefühlt hinzufügen. Die Bundesliga ist nun endlich mit dabei, ich habe alle Teams hinzugefügt, einziges Problem mit FC Schalke 04, gucken wir gleich nochmal drauf, aber ansonsten sind wirklich alle Spieler mit dabei, ich habe alle Teams hinzugefügt mit allen Spielern, wirklich alles auf dem aktuellsten Stand. Klar die Spieler face, es werden wahrscheinlich nicht wirklich schön aussehen von den anderen Teams, aber das sollte uns nicht stören, denn wir haben die Bundesliga, wir haben alle Spieler, die wir brauchen und natürlich auch noch viele, viele weitere Ligen, die ich schon hinzugefügt habe. Aber wie gesagt, wir starten natürlich mit dem FC Schalke 04 rein und Schalke ist ja sowieso voll lizenziert, das ist auf jeden Fall richtig nice, wir haben das echte Stadion, wir haben viele echte Spieler face, das ist auf jeden Fall richtig, richtig nice. Und hier sehen wir es, die Bundesliga ist mit dabei, alle Teams sind mit dabei und vielleicht, wem es jetzt beim Kader von Schalke 04 auffällt, ja, ein Mann fehlt und das ist Sebastian Rudi. Er ist durch das Patch nicht mit reingekommen, er war vorher auch nicht mit bei Schalke dabei, auch wenn man die Kader jetzt aktualisiert, er ist einfach nicht bei Schalke mit dabei, bei Bayern ist er auch nicht dabei, ich verstehe es persönlich nicht. Ich habe ihn nun erstellt, seine Fähigkeiten sind genau die von PES 2018, halte ich für relativ realistisch, sein Face ist jetzt nicht wirklich schön geworden, wie gesagt, habe ich erstellt. Er ist jetzt bei den freien Spielern und ich habe es nicht hinbekommen, ihn jetzt direkt zu Schalke 04 zu transferieren. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, deswegen werden wir ihn jetzt uns direkt einmal holen, sozusagen, als unseren ersten Neuzugang. Er kam ja jetzt eh auch relativ spät zu Schalke 04 in der Transferliste. Also wir stellen jetzt hier erstmal unseren Trainer und ja, klar, wir sind deutscher Nationalität und ich glaube, ja, der Trainername, ihr habt ja oftmals gefragt, wie ich überhaupt heißen würde, deswegen nennen wir uns jetzt einfach mal, wie ich im echten Leben auch wirklich heiße, Martin Thiele ist mein Name, ja, weil Domenico Tedesco, habe ich ja sonst nochmal gemacht, dass ich einen echten Trainernamen nehme, funktioniert hier nicht, weil da sein Name einfach zu lang ist. Aussehen, ja, ist jetzt eigentlich nicht wichtig. Ich würde sagen, wir stellen hier kurz an der Frisur noch was um, aber ja, ich denke mal, das passt jetzt einmal, aber das sollte uns jetzt auch nicht wirklich stören, unser Aussehen und dann können wir ja auch schon weitergehen. Ich habe, wie gesagt, PES 2019 jetzt gekauft, zuletzt mein letztes PES 2013, da hatte ich noch keine Ahnung, dass man Lizenzen und sowas hinzufügen kann, da habe ich nur Champions League mit Schalke gespielt, deswegen mit einer Meisterliga kenne ich mich nicht aus, aber vielleicht ist das noch das Spannende für euch, falls ihr euch da auch noch nicht so auskennt, denn ich werde auf jeden Fall vieles erstmal durchgucken, was man hier überhaupt machen kann. Wir werden natürlich Spieler verpflichten, Spieler abgeben, aber wir werden auch nicht so viel machen in Sachen Transfers, weil eben Schalke schon wirklich gut gearbeitet hat und das, finde ich, sieht hier auf jeden Fall schon mal nice aus mit dem Hintergrund, auch mit dem Banner der Pressekonferenz, sieht auf jeden Fall, ja, realistisch aus, wenn man den Presseraum von Schalke nur viel kennt, mit der Werbung ja von Umbro, der neue Ausrüster, die Trikots sind auf jeden Fall allesamt echt nice geworden, finde ich zumindest, weil er sind als Trainer nun da. Ich möchte Ihnen als erstes gratulieren, dass Sie das Ruder bei Schalke nur viel übernommen haben, sagt uns doch scheinlich, Clemens Tönnies, ich bin der Vereinssekretär, gut, dann wieder nur um dich, ich kann es kaum erwarten, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, das Vereinspersonal wird dafür sorgen, dass Sie alle Infos haben, die Sie benötigen, um den Klub zu führen, der Transferzeitraum läuft gerade, ADI bleibt also ein Monat, um Ihr Team auf die kommende Saison vorzubereiten, das klingt doch alles schon mal vernünftig, wir nehmen also am International Champions Cup in Asien teil und die Bundesliga geht am 22. los und am 31. schließt das Transferfenster, klingt doch alles schon mal gut, also morgen beginnt der International Champions Cup und da brauchen wir natürlich eine Strategie, die Spiele werden wir nicht spielen, wir werden, ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge direkt mit der Bundesliga starten können, aber jetzt gucken wir, würde ich sagen, erst einmal in die Mannschaft, weil wie gesagt, ich kenne mich bei PES 0,0 aus, ich weiß nicht, was wir hier alles machen können, aber ach ja stimmt, bevor wir jetzt die Mannschaft uns angucken, holen wir uns natürlich erstmal Sebastian Rudi, ich weiß auch nicht, wo das jetzt alles geht, vielleicht, dann doch beim Teammanagement, Verhandlungen klingt zumindest schon mal stark, nach Transfers, also uns stehen zwei Budgets zur Verfügung, das Transferbudget und das Gehaltbudget, ist eigentlich bei jedem bekannt, das Transferbudget, die zur Zahlung für Spieler, deren Transfers mit anderen Clubs ausgehalten werden, ja gut, das müssen wir uns jetzt eigentlich alles durchlesen, das wissen wir eigentlich alles, so, wo können wir denn jetzt den Spieler finden, den wir wollen, einen Spielernahme, also wir suchen natürlich nach Sebastian Rudi, der vereinslos ist und hoffentlich, ja, hier haben wir ihn, also wie gesagt, das Spielerface achtet da nicht drauf, ich weiß nicht, wie man bei PES extremst viel an den Frisuren ändern kann, das ist jetzt einfach ein bisschen blöd, dass es Rudi nicht gibt, ich habe auch keine Fähigkeit, da das Gesicht wirklich schön zu machen, also sollte uns jetzt einfach nicht stören, also die Verpflichtung von Sebastian Rudi bestätigen, in den Jahresgehaltlich bei 900.000, eine Freigabegebühr von 11 Millionen wird bezahlt, okay, ich weiß ja nicht, was die 11 Millionen bedeuten, okay, wir müssen es zahlen, obwohl er vereinslos ist, ja, komm, ist dir jetzt auch egal, Rudi im echten Leben, 16 Millionen, wir wollen eh nicht so viel auf dem Transferjagd machen, Hauptsache wir haben den Jungen nun endlich, so, wie geht es jetzt weiter, wenn wir ein Spieler auf der Liste haben, ich glaube dann, ja, ne, mit den eigenen Spielern wollen wir jetzt noch nicht verhandeln, haben wir ihn jetzt geholt? Ich meine schon, oder? Sebastian Rudi sind kurz vor oder direkt nach Abschluss, eine Spannsabwechslung nicht möglich, also müsste er ja eigentlich da sein, also gucken wir jetzt einfach mal ins Team hinein, in unsere Strategie, so, also, wir haben viele echte Spieler-Faces, wir haben ein gutes Team, Dreierkette natürlich, McKennie hier auf der Doppel-6, also ich denke mal, das System passt auf jeden Fall, klar, Schalke, vor allem noch Tedesco hat ja in der Vorbereitung gesagt, vielleicht auch auf der Viererkette, aber ich will ja auf jeden Fall mit Dreierkette spielen, 3-4-1-2, finde ich, ist auch das optimale System, haben wir ja Ried für die 10, Konoplyanka vielleicht auch, Skripski, muss man dann auch sehen, so, und wo haben wir jetzt hier Sebastian Rudi, er ist irgendwie doch noch nicht da, okay, also, jetzt erstmal gucken wir den Kader durch, wir haben für den Verteidigungsanen, Aldo Nassadis, das ist natürlich wirklich extrem nice und noch Stambouli, das finde ich auf jeden Fall schon mal echt extrem stark, aber da fehlt mir noch ein weiterer Mann, da müssen wir auf jeden Fall nochmal nachlegen, McKennie und Serra für die Doppel-6, da werde ich wahrscheinlich erst einmal auf Rudi, wenn er dann eben da ist, und Bentalab setzen, McKennie kann theoretisch auch in Verteidigung spielen, schauen wir mal, was er da für einen Wert hat, okay, 60, das ist natürlich nicht überragend, aber er kann theoretisch auch dort spielen, oder auch eine Position offensiver, wie natürlich Suat Serra auch, dann hören wir für rechts, Kali, Juri und Schöpf, oder auch Skripski, für links, Baba und Schipka und Neuzugang, Hamza, Mendül, ich nenne ihn Mendül, ich habe ihn noch nicht spielen sehen, ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht, Mendül, Mendül, ich nenne ihn jetzt erst einmal Mendül, wenn ihr da andere Meinungen seid, oder was besser wisst, dann schreibt es gerne in die Kommentare, wir haben für vorn natürlich Mbolo, Teuchert, die Santo, müssen wir mal gucken, ob wir den wirklich behalten, ist eigentlich nicht wirklich nötig, ich weiß auch nicht, wo man das jetzt nochmal machen kann, also wir gucken jetzt mal eben rein, unsere eigenen Spieler auf die Transferliste zu setzen, ich denke mal, hier ist alles klar, jetzt müssen wir eben nochmal kurz gucken, ob irgendwer eine Ausstiegsklausel hat, also ich glaube, Fährmann für 32 Millionen, da müssen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal nachgucken, dass wir das, wenn, auf jeden Fall verhindern, falls da was passieren sollte, so, wir haben Geis, den ich, ja, er ist ein guter Spieler, ich habe ihn auch früher extremst gefeiert, ich habe den Transfer mega gefeiert, aber er hat er nicht zugeschlagen, und nun brauchen wir ihn einfach nicht, also ich würde sagen, wir sind offen für Angebote, auf Transferliste platzieren, offen auch für angemessene Angebote, ja gut, Leiden, Ausleiden bringt jetzt glaube ich nichts, also das können wir auf jeden Fall machen, das sollte jetzt eigentlich auch fix sein, also den haben wir schon mal auf die Transferliste gesetzt, Bentaleb, klar bleibt, Schöpf-Kunopeljanka, alle Spieler, die eingeplant sind, wie auch Steven Skripski, die Santo, der kann auf jeden Fall auch den Verein verlassen, so haben wir das auch schon mal, vielleicht nehmen wir dadurch natürlich auch nochmal ordentlich Kohle ein, und ansonsten glaube ich, passt das auch auf jeden Fall, und ich würde jetzt erstmal sagen, gucken wir mal kurz hier rum, was wir noch hier so machen können, also das haben wir ja gerade gemacht, also Rudi ist kurz vor dem Abschluss, wie ich das jetzt zumindest verstanden habe, Jugendmannschaft gibt es hier also auch, das sind die Spieler in unserer Jugendmannschaft, sie können Spieler der Jugendmannschaft jederzeit einen Profivertrag anbieten, Leittransfers können wir verhandeln, Leittransfers natürlich, ja, ich würde sagen, gucken wir uns die Mannschaft einfach mal an, wir haben sogar welche schon, und relativ guten Wert mit der 67, wenn wir da wen von brauchen, würde ich sagen, gucken wir dann nochmal vorbei, Scouting, also wie gesagt, ich kenne mich hier jetzt auch noch nicht perfekt aus, deswegen würde ich erstmal gucken, auf dem Spielplan, auch das ist natürlich wichtig, PSG, Valencia, Basel, ist also bei diesem International Champions Cup dabei, so, erstes Spiel ist in Berlin gegen Hertha, dann gegen Leverkusen, und hier ist der erste Spieler der Champions League, darauf fiebern wir natürlich alle entgegen, auf die Champions League, bin ich mal gespannt, was wir da für eine Gruppe erwischen, die echten Gruppen sind ja schon ausgelostet, Moskau, Porto, und Galatasaray ist eine enge Gruppe, allesamt relativ auf dem selben Niveau, das wird spannend, aber ist eben auch möglich, ich denke mal, hier wird es wahrscheinlich noch einen Ticken schwieriger, ja, ansonsten müssen wir hier eigentlich erstmal nichts nachgucken, beim Trainerbüro, auch da ist jetzt nichts wirklich Spannendes, also ich würde sagen, wir gucken mal nach Innenverteidigern, die ich verpflichten würde, also ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch einen für die Innenverteidigung, das ist klar, und ich habe mir zwei, drei Namen überlegt, die ich euch auf jeden Fall vorschlagen würde, das wäre zum einen, so, wen hatten wir denn jetzt, also Kevin Danso vom FC Augsburg, finde ich ist auf jeden Fall ein extremst nice, als Spieler, und wir brauchen jetzt auch nicht zwingend, also wenn es geht, natürlich viel Qualität, aber auch nicht zwingend, einen absoluten Topmann für die Dreierkette, denn da haben wir schon vier starke Innenverteidigung, Kevin Danso wurde jetzt nicht gefunden, gut, vielleicht ist er irgendwie nicht mit dabei, aber ich hätte auf jeden Fall noch eine Alternative, die ich noch nicer finde, ist mir gerade spontan eingefallen, Kevin Akpoguma, hat mir ein guter Kumpel auch schon vorgeschlagen, was denn mit dem wäre, vielleicht mal, dass der nach Schalke kommt, also 73, warum eigentlich nicht, Kevin Akpoguma zu holen, also wäre auf jeden Fall nice, Anfrage können wir jetzt mal raus schicken, so, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt hier funktioniert, Freigabegebühr, okay, ah, Verpflichtung, Chance, 100% bei 5,5 Millionen, 64% bei 5,2, aber, ich will ja euch entscheiden lassen, also wie ich sage, packen wir Akpoguma erstmal zur Spielerliste, denn ihr dürft ja entscheiden, ihr dürft auch noch Kommentare schreiben, denn ich glaube nicht, dass wir neben einem Impferteidiger noch wirklich viel machen werden, zum einen haben wir einen guten Kader, einen breiten Kader, wir werden da auch nicht jetzt extremst viele Spiele abgeben, dass wir da noch mehr machen müssen, deswegen glaube ich, wird das dann der einzige Transfer bleiben, und da dürft ihr natürlich mitentscheiden, und mir ist noch ein zweiter Name eingefallen, den ich extremst feiern würde, und das ist Joel Matip, ja, weil Liverpool aktuell jetzt nicht mehr so gesetzt haben, Lovren, und Van Dijk ihm ein bisschen in den Rang abgelaufen, und er ist natürlich für eine Dreierkette spezialisiert, zumindest kann man das so sagen, weil er alle drei Positionen bekleiden kann, klar, er ist dann schon eher der teure Mann, der wird wahrscheinlich, gucken wir mal drauf, ja, wird auf jeden Fall teuer, Verpflichtungschance haben wir gerade mal 50% bei 30 Millionen, das ist natürlich schon echt heftig, auch vom Gehaltsbudget, müssten wir da schon ordentlich was drauf packen, deswegen schreibt mal gerne in die Kommentare, wen wir da holen sollen, wie gesagt, wir nehmen wahrscheinlich noch ordentlich Kohle ein, mit Di Santo, mit Johannes Geis, da wird auf jeden Fall nochmal Geld fließen, und das werden wir auf jeden Fall für den Infratatier ausgemacht, Akpoguma und Matip sind so meine Vorschläge, die auf jeden Fall finde ich nice sind, die auf jeden Fall auch passen würden, so Matip vor allem mit der Qualität, Akpoguma hat jetzt nicht direkt den Anspruch Stammspieler zu sein, was auch von Vorteil sein kann, und da dürft auf jeden Fall ihr mitentscheiden, wen wir da jetzt holen sollen, ansonsten, wir können ja nochmal kurz reingucken in die Strategie, ist das Team optimal, Sebastian Rudi wird zu, ich sag's jetzt einfach mal, zu 100%iger Wahrscheinlichkeit zu uns kommen, dann haben wir noch 27 Millionen, finde ich auch noch ein Ticken realistischer, als diese 37, finde ich ist relativ hoch angesetzt, also das passt dann auf jeden Fall, der Kader ist absolut klasse, finde ich auf jeden Fall, da müssen wir ansonsten nichts mehr machen, eben wie gesagt, bis auf den Innenverteidiger, wo ihr auf jeden Fall in die Kommentare schreiben sollt, wen ihr euch da noch vorstellen könnt, und ansonsten bleibt es mir nur zu sagen, ich hoffe, die hat die erste Folge gefallen, es ist natürlich bei PES jetzt noch ein bisschen alles, ja durcheinander würde ich nicht sagen, aber manche Spieler sind nicht dabei, ich habe jetzt die Bundesliga-Teams allesamt so realistisch wie möglich zusammen, wir können endlich in die Meisterliga, in den Karrieremodus sozusagen starten, mit dem FC Schalke 04, und das machen wir nun auch in den nächsten Tagen, wird es auf jeden Fall jeden Tag eine Folge geben, wenn ihr einfach Kommentare schreibt, dann geht es auf jeden Fall auch schnell weiter, wie gesagt, Innenverteidiger ist gesucht, schreibt deine Meinung gerne in die Kommentare, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.